Was ist der grösste Recyclingbetrieb in der Schweiz? Als grösster Recyclingbetrieb in der Schweiz machen wir nichts anderes als nachhaltig produzieren. Es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen den Energiepreisen und dem, was wir machen, weil unser Energiekostenanteil sehr hoch ist. Dass wir weiterhin in der Schweiz produzieren können, sind wir darauf angewiesen, dass die Energiewende vernünftig umgesetzt wird. Wir unterstützen das, wir brauchen aber ein Kostenniveau mit dem Ausland vergleichbar bleibt.